Die Zahl der Patienten, die schwer erkrankt sind, ist gestiegen. Die Zahl der Intensivpatienten steigt. Die Zahl der überhaupt behandlungsbedürftigen Erkrankten steigt. Und das lässt sich durch Quoten und Algorithmen nicht wegdiskutieren. Es ist eine ernste Entwicklung im Gesundheitswesen. Dort sind sich alle einig. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, heute wurde der zweite Lockdown, wie erwartet, verkündet. Da gibt es dann wieder Kontaktbeschränkungen, Bars, Restaurants müssen wieder alle schließen. Und da gab es heute hier eine Pressekonferenz in Hamburg, wo unser Bürgermeister, Herr Tschentscher, ein Statement abgegeben hat. Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mal wieder ein paar kritische Fragen zu stellen. Ja, ich war ja schon letzte Woche Dienstag bei der Landespressekonferenz dabei und durfte meine Fragen aber nur digital stellen. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr hier? Also diese Fragen, will ich das nochmal einmal sagen, die deuten doch alle darauf hin, dass es eine Haltung geben sollte. Ist doch alles nicht so schlimm. Da hat dann sogar der Fokus einen Artikel drüber geschrieben, natürlich nur diffamierend. Natürlich nicht angegeben, wer ich bin, dass man das selbst überprüfen kann. Macht euch selbst ein Bild von und schaut da mal rein. Bevor dann heute die Pressekonferenz war, hat der Bürgermeister hier eine Regierungserklärung abgegeben. Da heißt es dann, wenn wir mal nach unten scrollen. Als letzte Großstadt hat Hamburg nach den Berechnungen des RKI am vergangenen Freitag die 50er-Grenze überschritten. Unsere Gesundheitsämter melden heute rund 400 Neuinfektionen. Auch bei uns steigt die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen stetig. Der Leiter der Intensivmedizin des UKE schätzt die Entwicklung im Gesundheitswesen in Deutschland in den kommenden Wochen als sehr ernst ein. Hier wieder ein paar Experten zitieren, damit sich das alles ganz, ganz schlimm und seriös anhört. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, glauben Sie nicht denjenigen, die die Gefahr leugnen und die Sache damit noch schlimmer machen. Ja, hier auch mal wieder jemand, der die Kritiker pauschal als Leugner da bezeichnet. Das ist für mich dann immer eine intellektuelle Bankrotterklärung, weil Leugnen bedeutet, etwas wieder besseres Wissens zu behaupten. Wenn man mich jetzt als ein Corona-Leugner diffamiert, dann würde es heißen, ich weiß eigentlich, es ist ganz schlimm, aber ich sage etwas anderes. Dann würde ich das leugnen. Aber natürlich, die Position, die ich vertrete und andere Kritiker, die sind fest davon überzeugt, dass sie im Recht sind. Und da heißt es natürlich, mit diesen Leuten in den Diskurs zu gehen und nicht sie einfach pauschal zu diffamieren, vor allem als Leugner. Ich kann auch sagen, Herr Tschentscher ist ein Realitätsleugner, ein Zahlenleugner, aber nein, auf dieses Niveau begebe ich mich nicht herab. Ich sage einfach, wir möchten einen offenen Diskurs haben, wir möchten einfach nur Kritik üben. So, hier auch wieder Kritiker diffamieren und dann die Leute auf Linie bringen. Wir können und müssen uns jetzt diszipliniert verhalten, wenn wir eine dramatische Entwicklung der Pandemie in Deutschland und bei uns in Hamburg verhindern wollen. Soweit dazu, wir wollen einfach mal schauen, was heute dann bei der Pressekonferenz besprochen wurde. Noch als kurzen Einschub, als ich dann zum Rathaus gefahren bin, diejenigen, die hier das Rathaus in Hamburg kennen, wir wissen, da ist ein großer Rathausmarkt davor, der abgesperrt ist, wo nur Fußgänger hin dürfen. Und wer stand da direkt vor der Tür? Der NDR. Das ist übrigens der Sender, wo hier der Deutschlandfunk geschrieben hat, dass vor allem der NDR, wie auch viele andere Qualitätsmedien, sich durch eine besonders staatsnahe Berichterstattung in Corona-Zeiten ausgezeichnet haben. Die sind sowas wie der verlängerte Abend des Staates. Ich habe vor wenigen Stunden eine Regierungserklärung für den Senat in Hamburg abgegeben, indem ich darauf hingewiesen habe, dass wir in den letzten zwei Wochen einen sehr starken Anstieg der Infektionsdynamik verzeichnet haben, der dazu führen wird, wenn wir jetzt nicht handeln, dass es zu einer Überforderung des Gesundheitswesens kommen würde. Ja, wollen wir uns einfach mal anschauen, wie schlimm das da tatsächlich aussieht. Da veröffentlicht das RKI jeden Mittwoch den aktuellen Corona-Lagebericht. Der ist jetzt hier ganz aktuell rausgekommen. Und da sehen wir, es geht hier bei Kalenderwoche 34 los. Da war sie positiv quotet bei 0,84%. Jetzt in Kalenderwoche 43 ist sie auf 5,62 gestiegen. Wenn man das jetzt sieht, dann kann man natürlich denken, ah, das ist ja ganz krass gestiegen. Aber das habe ich im letzten Video auch schon mal ausgeführt. Das RKI schreibt ja auch, hier werden nur die letzten zehn Wochen dargestellt. Wenn man sich das jetzt hier komplett anschaut, auch von Kalenderwoche 10 an, da sieht man, dass wir zu Lockdown-Zeiten, jeder Lockdown hat Kalenderwoche 13 begonnen. Da hatten wir eine Positivquote von 8,69%, die Woche danach von 9,03%. Aber 5,62, da sind wir noch weit von den Höchstständen bei der Positivquote im Frühjahr entfernt. Und nicht nur das, man muss sich jetzt auch ganz genau anschauen, wie sieht es da jetzt mit der Hospitalisierung aus. Natürlich sind die Krankenhäuser viel, viel besser darauf vorbereitet, dazu aber später nochmal mehr. Und wir sehen ja auch immer, in den Pressekonferenzen, in den Medien werden immer nur absolute Zahlen genannt. Diese werden nie irgendwo ins Verhältnis gesetzt. Diese Positivquote, davon liest man so gut wie nie. Das hat ja auch das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin kritisiert, dass es nie Bezugsgrößen geht. Oder auch der Chef-Epidemiologe von der Charité, also der Kollege von Drosten, Stefan Willig. Oder hier Karl Hennigen, das ist der Direktor des Oxford Center for Evidence-Based Medicine. Das sind hoch angesehene Kritiker, die sagen alle, man versteift sich nur auf die Infizierten. Man kommuniziert nicht, wie viele von diesen Infizierten tatsächlich krank sind. Man kommuniziert keine Positivquoten. Insofern sind das dann alles irreführende Zahlen, wo man den Menschen letztendlich nur Angst machen will und nicht sie aufklären will, wie es eigentlich sein sollte. Was gibt es eigentlich noch zu interpretieren, wenn man sich diese Kurven hier anguckt? Hier auch nochmal ganz kurz, wie da Angst gemacht wurde. Das sieht man hier in dieser Studie zum Beispiel, wo 90 Sendungen von ARD Extra und ZDF Spezialen untersucht worden sind. Schaut euch das gerne mal genau an. Oder jetzt ganz aktuell, da schreibt das Handelsblatt drüber. Selbst ARD und ZDF hätten in den vergangenen Monaten teils eine dystopische Endzeitstimmung verbreitet, bilanziert eine Inhaltsanalyse der Universität Passau. Der Medienforscher Stefan Rosmol beobachtet gar mit großer Sorge den Overkill, mit dem die Leitmedien über die Pandemie berichten. Sie hätten mit ihrem guttesten Übersoll an Berichterstattung Handlungsdruck in Richtung Lockdown erzeugt. Weiter heißt es in diesem Artikel vom Handelsblatt, diese Krise hat viele Verantwortliche. Das Virus ist leider nur noch einer davon. Schauen wir nochmal weiter in die Pressekonferenz rein. So, schönen guten Tag, mein Name ist Jens Böckenfeld von Große Freiheit TV. Herr Bürgermeister, ich will ja gerne von Ihnen wissen, wie sich die Positivquote und die Hospitalisierungsquote entwickelt hat. Wenn ich beim RKI im Lagebericht reinschaue. Ich kann Ihnen das gleich beantworten. So hier erstmal, er fällt mir direkt ins Wort, er lässt mich noch nicht mal aussprechen. Zahlen der Erkrankten, nicht nur der Infizierten, auch der Erkrankten und der stationär behandlungsbedürftigen Personen steigt stetig. Natürlich, die Bundesregierung hat die Namen, auch die Anzahl der Intensivpatienten, der beatmungspflichtigen Patienten erfasst. Es ist in Hamburg, so wie in ganz Deutschland, wir sehen den Effekt jetzt auch in den Krankenhäusern schon. Ich habe noch heute mit der Leiterin der Infektionsmedizin am UKE, Professor Addo, gesprochen. Ich habe die letzten Tage mit dem Leiter der Intensivmedizin am UKE gesprochen. Und ich kann Ihnen, ich muss Ihnen berichten, dass die klinisch tätigen Medizinerinnen und Mediziner derzeit sehr, sehr besorgt sind. Ich kann, ich muss Ihnen berichten, jetzt wieder ein paar Experten, die man zitiert, Zahlen interessieren ja nicht. Und ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass, wenn wir jetzt nicht handeln, die zweite sehr starke Welle das Gesundheitssystem mit einer großen Wucht erreichen würde und wir nicht sicherstellen könnten, dass dann nicht nur die Covid-19-Patienten, sondern auch alle anderen Schwererkrankten nicht mehr gut behandelbar wären. Und deswegen jetzt die sehr einhellige Überzeugung zwischen Bund und Ländern, aber ich glaube auch der weit überwiegenden Mehrheit der Wissenschaftler und Mediziner, dass es in dieser Situation nötig ist, diesen Schritt jetzt zu tun, zu gehen. Ja, auch ihr seht, er ist überhaupt nicht irgendwie auf die Zahlen eingegangen. Kommt wieder nur irgendwie mit der Mehrheit der Wissenschaftler. Aber wenn man sich das anschaut, hier dieses Positionspapier, das sind wirklich Schwergewichte, die das geschrieben haben. Das ist das Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Professor Hendrik Streeck und Professor Jonas Schmidt-Schanerset. Dieser Verband ist nicht irgendein Verband, das ist ein Verband, der 200.000 Mediziner vertritt und damit knapp die Hälfte aller deutschen Ärzte. Und die sagen, das Infektionsgeschehen ist saisonell bedingt, deswegen werden wir jetzt auch höhere Fallzahlen bekommen. Wieder auf Lockdown zu setzen könnte in der Hoffnung, Infektionszahlen zu senken, die reflexartige Konsequenz darauf sein. Aber wir haben in den Monaten der Pandemie deutlich dazugelernt. Der Rückgang der Fallzahlen ist politisch zwar eine dringende Aufgabe, aber nicht um jeden Preis. Wir erleben bereits die Unterlastung anderer dringlicher medizinischer Behandlung, ernstzunehmende Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen durch soziale Deprivationen und Brüche in Bindungs- und Berufsausbildungsgängen, den Niedergang ganzer Wirtschaftszweige, vieler kultureller Einrichtungen und eine zunehmende soziale Schieflage als Folge. Wir berufen uns auf das grundlegende medizinisch-ethische Prinzip des ärztlichen Handelns. Das ist auch das, was der hippokratische Eid sagt, wonach eine Medizin nicht mehr schaden darf als die Krankheit selbst. So, insofern, Sie sagen hier, wir müssen abwägen, wir haben gelernt, das haben Sie aber offenbar nicht. Weiter fordert man hier ein einheitliches Ampelsystem. Grundlage dieser Corona-Ampel müssen alle relevanten Kennzahlen wie Infektionszahlen, Anzahl der durchgeführten Tests, stationäre und intensivmedizinische Behandlungskapazitäten bilden. So gelingt die Bündelung komplexer Informationen, die verständlich auf ein Signal konzentriert dargestellt werden. Hier auch, man möchte die Anzahl der durchgeführten Tests in Verhältnis setzen, man möchte sehen, wie viele Behandlungskapazitäten haben wir hier. Das passiert aber alles offenbar nicht. Man schaut ganz stumpf auf die Infektionszahlen, auf die Inzidenz. Da habe ich ja schon mehrere Videos dazu gemacht. Die Unterzeichner fordern die Politik auf, sich auf eine Auswahl von Maßnahmen zu konzentrieren, die möglichst direkt und spezifisch den Schutz der Bevölkerungsgruppe in den Mittelpunkt stellen, für die ein hohes Risiko schwerer Krankheitsverläufe besteht. Oder auch hier eine Gruppe von Wissenschaftlern und Kassenmanagern und Medizinern, um den renommierten Gesundheitsökonom Gerd Gleske, die der Politik vorgeworfen hat, auf den immer gleichen Vorgehensweisen zu beharren und Maßnahmen sogar noch zu verstärken, an deren Wirksamkeit und Akzeptanz es aus wissenschaftlicher Sicht größte Zweifel geben muss. Das hätte ich natürlich auch gerne gefragt, hatte ich nicht die Gelegenheit dazu. Er auch wieder hier, die Mehrheit der Wissenschaftler sagen das so, insofern muss das so sein. So, wir sehen also, hier gibt es doch sehr fundamentale Kritik, auch wenn man sich das anschaut. Es gibt da ja mehrere Studien, unter anderem aus Oxford, aus Israel von JP Morgan und ein Arbeitspapier vom National Bureau of Economic Research. Und die sagen alle, egal welche Maßnahmen verhängt werden, der Infektionsverlauf ist übergleich. Aber man sagt natürlich, wir müssen jetzt unbedingt einen Lockdown machen, um die zweite Welle zu verhindern, um die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Aber, wenn man sich die ganzen Studien anschaut, in Schweden gab es auch keine Auslastung der Intensivbetten. Dazu können wir uns auch mal hier die Auslastung der Intensivbetten anschauen. Da sehen wir unten das Rote, das ist die Auslastung durch Covid-19-Fälle. Sieht das groß schlimm aus? Ich glaube, nein. Wir sehen, das hat alles nicht unbedingt Hand und Fuß, was man uns hier erzählen will. Da habe ich natürlich noch mal nachgehakt, weil man mich nicht aussprechen lassen hat. Das sehen wir jetzt. Da will ich noch einmal nachhaken. Da sagen Sie jetzt ja gerade genau das Gegenteil, was der RKI-Bericht sagt. Da war die Hospitalisierungsquote in Kalenderwochen 39 bei 7 Prozent und jetzt bei 5 Prozent. Sie müssen gerne diese Zahlen durcheinander wühlen, durcheinander rühren und mit irgendwelchen Quoten kommen. Ach so, hier habe ich natürlich die Zahlen nur irgendwie durcheinander gewühlt, durcheinander gerührt. Wir schauen einfach mal direkt rein, was hier das RKI sagt. Da sieht man hier die Kalenderwochen. Man sieht hier die Fälle. Man sieht hier männlich-weiblich. Man sieht hier, wie viele davon Symptome haben. Da hat auch Herr Tschentscher auf der Pressekonferenz was anderes gesagt. Aber was hier wichtig ist, bei wie vielen von diesen Infizierten hat man eine Information darüber, ob sie hospitalisiert worden sind oder nicht. So, da sehen wir hier, dass zu Lockdown-Zeiten sogar über 20 Prozent ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Aber jetzt seit Monaten deutlich unter 10, sogar hier 5 Prozent nur hospitalisiert werden müssen. Genau das Gleiche sieht man auch mit den Verstorbenen, die deutlich hier unter 1 Prozent sind. Im Vergleich zu den Lockdown-Zeiten hat es da noch ganz anders ausgesehen. Wir sehen also hier, die Hospitalisierungsrate ist sehr, sehr gering. Die Todesrate ist sehr, sehr gering. Und wer da natürlich irgendwas anderes behauptet, der ist ein böser Corona-Leugner oder vermischt da irgendwelche Zahlen. Man sieht aber an diesen Zahlen meiner Meinung nach ganz klar, die Krankenhäuser sind viel, viel besser vorbereitet. Und wenn man sich das anschaut, das sagt sogar der Mainstream hier. Und den Infizierten muss seit der Frühjahrswelle weiterhin nur ein geringer Prozentsatz ins Krankenhaus. Letzte Woche sank der Wert sogar wieder auf 5 Prozent. Und noch sehr viel geringer der Anteil der Todesfälle. Seit fast drei Monaten liegt er deutlich unter einem Prozent. Die Zahl der Patienten, die schwer erkrankt sind, ist gestiegen. Die Zahl der Intensivpatienten steigt. Die Zahl der überhaupt behandlungsbedürftigen Erkrankten steigt. Und das lässt sich durch Quoten und Algorithmen nicht wegdiskutieren. Es ist eine ernste Entwicklung im Gesundheitswesen. Dort sind sich alle einig. Ja, auch wieder sind sich natürlich alle einig. Die Zahlen, die steigen. Aber Herr Tschentscher hat offenbar noch nie was von absoluten und von relativen Zahlen, von dem Unterschied da gehört. Wir sehen hier natürlich, absolut steigt das immer weiter. Wenn wir hier sehen, wir hatten im Sommer, hatten wir zum Beispiel hier 251, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Wir hatten Kalenderwoche 41.390, jetzt 2.390. Das sieht natürlich ganz, ganz schlimm aus. Aber wenn man sieht, dass das prozentual sogar weniger geworden ist, dann denke ich mir, kann daher keine Zahlen lesen. Er als ehemaliger Oberarzt und als Oberbürgermeister. Ist das nicht die Statistik? Erste Stunde, wo man den Unterschied zwischen absoluten und relativen Zahlen lernt. Sind die wirklich so dumm? Das habe ich leid. Ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich anxiety kriege bei diesem Thema. Und auch wenn man sich hier mal das Corona-Briefing anschaut, da sehen wir dann immer, wie viele Patienten stationär behandelt werden. Da hat man dann immer gesehen, dass die Zahl deutlich absolut gestiegen ist. Aber wie gesagt, man hat das nebenwohl in Relation gesetzt. Das ist das, was das EBM immer kritisiert. Keine Bezugsgröße, absolute Zahlen, irreführend. Und man muss auch sagen, dass jeder, der mittlerweile ins Krankenhaus eingeliefert wird, mit egal was auch immer, der wird jetzt auf Corona getestet. Hier sehen wir zum Beispiel einen Fall, wo einer einen Autounfall hatte. Er wurde direkt auf Corona positiv getestet. Da waren dann seine sieben Ersthelfer, die waren dann auch im Verdacht, positiv zu sein. Nach denen hat man dann auch gesucht. Oder zum Beispiel, ich habe aus einer vertrauten Quelle gehört, das ist schon ein paar Wochen her, wo einer ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Er hat sie sich versucht zu erhängen. Er wurde Corona positiv getestet und galt dann auch damit als ein stationärer Corona-Fall. Das heißt also, diese 149 Patienten, man weiß eigentlich gar nicht, wie viele da tatsächlich irgendeine Atemwegserkrankung haben oder einen Autounfall hatten oder sich erhängt haben. Da einfach nur die Zahl sagt überhaupt nichts aus. Wieder absolut irreführend. Deswegen ist es richtig, zu diesem Zeitpunkt konsequent zu handeln und für den nächsten Monat bis Ende November diese sehr weitreichenden Beschränkungen jetzt vorzunehmen. Wir können es uns, ich habe das in meiner Regierungserklärung angedeutet, überall in Europa umblicken, was es bedeutet, wenn man diese Gefahr weiter leugnet. Hier auch wieder, wir schauen ins Ausland, ja, der Virus ist nicht irgendwie rassistisch, wenn er woanders unterwegs ist. Man kann nicht Italien und Frankreich verschiedene Systeme, verschiedene Tests, verschiedene Behandlungsmethoden, man kann das sehr schwer mit uns vergleichen. Und da auch, warum schaut er nicht nach Schweden, warum schaut er nicht nach Belarus, warum schaut er nicht nach Tansania, warum schaut er nicht nach Japan? Gut, meine Damen und Herren, dann vielen Dank, dass Sie hierher gefunden haben und einen schönen Abend noch. Da war dann auch die Pressekonferenz oder viel eher schon das kurze Statement auch schon vorbei. Ich hatte sonst noch viel mehr Fragen, möchte ich jetzt mit euch nochmal durchgehen. Ich hätte auch nochmal gerne ein bisschen bei der Spezifität nachgehakt, da hat er ja das letzte Mal das hier gesagt. Und die Spezifität der PCR-Reaktion ist fast 100 Prozent. Also wir haben kein Problem mit dieser PCR-Technik, falsch positive Fälle in einem nennenswerten Umfang hier zu haben. Man sieht es jetzt ja auch öfter auch bei Fußballvereinen, da wurde ja auch der HSV-Gegner Würzburg, da gab es dann falsch positive Tests. Insofern sieht man wieder bei diesen ganzen Meldungen, auch vor allem aus dem Fußball, dass da diese Tests nicht so genau sind. Ja, zur Spezifität habe ich ja öfter schon mal was gesagt. Hier habe ich das auch nochmal ganz genau berechnet und zwar habe ich hier eine schöne Tabelle. Hier habe ich erstmal mit dem Beispiel vom Erzeblatt, wo ihr das auch mit nachvollziehen könnt, das sind genau die gleichen Formeln. Damit habe ich das ja alles nachgerechnet. Um hier die Spezifität für Hamburg zu berechnen, für die ganzen PCR-Tests, bin ich einfach mal hier reingegangen und habe geschaut, wie viel testet man die Woche. Man hat 15.000 Tests gemacht und 3,7 Prozent als Positivquote. Das sind jetzt hier die Zahlen vom 27. Oktober. Die aktuellen habe ich noch nicht hier im Briefing. Aber wenn ich das mit diesen Zahlen durchgehe, hier sehen wir 15.000 Tests am Tag, eine Positivquote von 3,7 Prozent. Da haben wir in den letzten sieben Tagen 1.147 neue Corona-Fälle. Das heißt also, wenn ich das so ausrechnen würde, 3,7 Prozent Positivquote, dann hätten wir eigentlich 52.000 Tests pro Woche machen müssen. Dadurch, dass man immer sagt, man macht 15.000 am Tag, 15.000 mal 7 sind 105.000, was insofern dann eine Positivquote nicht von 3,7 ist, sondern von 1,85 Prozent. Überprüft das gerne, sagt mir, ob ich das irgendwie falsch gerechnet habe. Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach offensichtlich hier falsch mit der Positivquote. Aber das soll uns jetzt einfach nicht weiter stören, um die Spezifität zu berechnen. Ich habe hier oben eingetragen 105.000 Tests, also das sind 15.000 Tests pro Tag innerhalb von einer Woche. Wir haben jetzt hier 2.150 positiv getestete. Das ist jetzt hier Stand 28. Hier auf der Extra-Seite kann man das sehen. Das wäre also eine Positivquote von ziemlich genau 2 Prozent. Und hier, wenn man sich das anschaut, die Sensibilität und Spezifität habe ich von den Faktencheckern, vom Korrektiv, auf die wird ja auch immer verwiesen, bei ARD, ZDF und so weiter. Die sagen, die Sensibilität kann man eigentlich vernachlässigen. Da gehe ich jetzt nicht so genau drauf ein, aber die sagen eine Spezifität von 97,8 bis 98,6 Prozent. Wenn wir jetzt hier mit der schlechtesten Qualität das berechnen, dann sehen wir, dass alle falsch positiv sind. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der Test die beste Qualität hat, dann sehen wir hier, dass von den 2.150 Tests 1.460 falsch positiv sind. Das heißt, wir haben eine Positive Predictive Value von 32 Prozent. Im Umkehrschluss heißt das, 68 Prozent der Tests sind falsch positiv. Das ist eigentlich genau das, wo Jens Spahn im Sommer noch davor gewarnt hat. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erst mal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch positive haben. Weil die Tests ja nicht 100 Prozent genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runter geht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr falsch positive als tatsächlich positive. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn dann schon auch mit einem gewissen Ziel. Insofern, ich hätte gerne Herrn Tschentscher als ehemaligen Oberarzt auch gefragt, ob das denn hier auch der Fall ist, dass wir da eine Testepidemie haben, eine Laborepidemie, wo es eigentlich sehr, sehr viele falsch positive gibt. Ob er mir da recht gibt, was da die Spezifität angeht. Ich kann auch jedem empfehlen, der da kritisch reinschauen will, der sollte sich unbedingt mit dem PCR-Test beschäftigen. Hier gibt es einen sehr schönen Artikel von Thorsten Engelbrecht bei Rubicon. Das ist eigentlich für mich so der beste und sehr umfangreiche Artikel. Oder es gibt ja ein Video von Via Veto, auch sehr schön. Im letzten Video habe ich auch schon Naomi Seibt empfohlen. Ansonsten kann ich auch hier meine letzten Videos empfehlen. Da habe ich auch die ganze Infektionstheorie, die ganze auch mit der spanischen Grippe, habe ich das nochmal alles genau aufgespittet. In diesem Video Viruswaren, schaut da auch unbedingt rein, wenn ihr das nicht kennt. Und ja, zum Schluss auch nochmal ein Funfact, also wir waren im Phoenix-Saal vom Rathaus und Herr Tschentscher ist aus einem Nebenzimmer reingekommen. Und da stand so ein bisschen die Tür offen und da habe ich ihn stehen gesehen mit anderen Personen. Und er hatte keine Maske auf, hat sich die aber dann schön aufgesetzt, als er dann reingekommen ist. Insofern, das ist genau das, was wir bei anderen Politikern immer sehen. Das habe ich in dem Video hier genau ausgeführt. Der Pöbel muss sich an die Regeln halten. Die Politiker machen es immer nur, wenn irgendwie Presse dabei ist, wenn sie dann Gefahr laufen, irgendwie erwischt zu werden. Insofern, da sieht man immer wieder, wie heuchlerisch unsere Politiker sind. Eklig, eklig, einfach nur eklig. Ich höre nochmal ganz kurz, es konnten nicht so viele Fragen gestellt werden. Insofern wurde nur genau eine andere Frage noch gestellt. Da, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, die Fragen von den anderen Journalisten, Kollegen, die sind überhaupt nicht kritisch. Hört hier mal kurz rein. Silvia Burian, Hamburg Journal. Herr Tschentscher, wie bewerten Sie die Verhandlungsergebnisse aus Hamburger Sicht? Ist es jetzt genau das, was Hamburg braucht? Ja, das war es von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Mich würde interessieren, was meint ihr? Hat Herr Tschentscher hier ganz bewusst gelogen oder kennt er einfach nicht die Zahlen? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich unbedingt bei Telegram. Da könnt ihr bei PCR zu allen Sachen auch sehr schön suchen. Also, das war es von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.